Alexa, Alexa, Spielende R2. Wieso, wieso? Hey. Oh ja, ich bin jetzt so krank derzeit wieder. Steam. Steam. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, es fällt auf ihn. Könnte ein bisschen fällt auf ihn. Kann man auch nicht immer einstellen. Ich glaube, es fällt auf ihn. 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 Nein. 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 Gibt's? Nein, schade. Nein. Nein, schade. Nein. Nein, Herr Boss! Nein! Ist... Nein, Schade! Ich stehe die ganze Mafia-Klicke, Alter! Die Mafia-Panik-Nahme! Ich hab das Gefühl, als hätte ich schon eher von so einem komischen Alien-Monster hinteren gemäuchelt werden. Aber er hat gesagt... Was? 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 Spaß! Was? Das sollte ich nicht so Consial machen... Ist die denn? Ist die denn? Kann ich wieder sehen? Ein Hablarm? vielleicht, wie weit ist das, geben wir doch noch mal einen weiter hinten wo ist das? You want more of this? I'm your whore! Where is he? Screw you, buddy! I'm sorry, buddy! Ah, haha! Das soll leicht sein! Ich glaube Parkway hat so ein bisschen die Relation zwischen leicht und schwer ein bisschen vergessen. Ich bräuchte Scheide. Ich hab' einen Fall. So, jetzt kannst du sprechen. Ey, was ist? Wir noch küsst! Da steht dann auf einmal schon... Ja, das ist vielleicht... Das ist richtig. Dann schießt's durch die... Oh, ihr seid wirklich noch! Oh, Gott! Was? Ja klar, am Sniper tue das auch nicht mehr. Was? Die! 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 I know you're out there! Da bist du! BITE MY ASS! Oh Und die trefft durchhäusert, schießen durchhäusert, aber ich und er wird mich jetzt gleich trinken. Doch. Ne. Oh, 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 oh. ist das ein gegner der junge hinter ein angeschlichen hat er sich nicht ja ich werde zum ersten mal oder zum zweiten mal das christmas jetzt stimmt gar nicht dass man das so oft wird ich hab zum stund schon acht leute gemeuchelt excuse me zin sorry zin Maus. Wo ist das? Sehr schön. Ich versier dich um. Handkanabis ist... Rauch. Schuss. Oh, das sieht doch ganz schick aus, oder? Nicht so gut wie ich gerade erst recht sehe, aber... Zeig dich. Da standen fünf Leute. Fünf. Fünf. Stab ich mir ein Auto, oder? Ich glaube ein Auto irgendwo nicht sterben. Oh? Oh. Das ist so schuldig. Okay. Ich muss eisen, ein paar Leute... Ich muss eisen, ein paar Leute fallen. Ich will dich denn... Auf meinen Kopf fliegen, ja? Das ist ja was ganz neues jetzt hier. Hä? Ja? Willst du mir noch auf den Kopf fliegen, ja? Ja? Und dann auf den Kopfkacken, ne? Hm? Ja? Nein. Nein. Nicht die Freiheit. Die Freiheit ist tot. Wer ist denn das hier? Hallo? Hallo, mein Kleiner. Was ist denn hier? Ja, komm mal her. Ja, komm mal her, mein Kleiner. Ja, komm mal her. Ja, wer ist denn hier? Ja, wer ist denn da? Ja, pieps. Das kann ich nicht so gut wie du, aber... Ein bisschen piepsen kann ich auch. Na, komm mal her. Komm mal her, hier. Komm mal her, hier. Hier. Komm mal her, hier. Nein? Nein? Boah, Alter, was ist denn jetzt schon? Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Zu zwei, Alter. Auf einmal wird von der Jupp hinterher, Alter. Ah, ah, ah. Ist das Spiel krank, Alter. Ich rate jeden das Spiel ab, das Spiel zu spielen, Alter. Charlie, komm mal hier. Komm mal hier, Lorenz. Ja, was ist denn? Ja, was ist denn? Mach noch einer Pieps hier. Das sieht doch nicht fast Unreal Engine aus. Uh, Unreal Engine. Hallo? Hallo? Hallo, Herr Unreal Engine? Okay, ich brauche dringend Medizin. Ist hier irgendwo ein Arzt? Ahaha. Es gibt weiße Weihnachten, Leute. Die Wahrscheinlichkeit, dass Weihnachten Schnee liegt bis zu 100% auf der Zugspitze. Der Radiomoderator, der hat heute bestimmt hier auf NDR 2 einen Glückskeks oder einen Clown gefüschtet oder sowas. Also ich brauche keinen Schnee unbedingt. Ich würde auch auf Mallorca gerne sein. Halt, der hat ein Doppelstockbett. Genau so, das hat mich früher auch geirrt. Was ist das? Mal beziehen. Und ja. Also. Monition. Und jetzt. Und jetzt. Aufschnappeln. Und weiter. Und text. Das sieht schon echt wirklich... Ich weiß nicht, ob es jetzt an der Nacht liegt, aber sehr schöne Texturen. schön klar, scharf. Also. Ich weiß nicht, im Stream sieht man es vielleicht nicht ganz so, aber ich kann sagen, diese Grafik ist echt schon richtig... viel besser muss es gar nicht sein. Oder wenn... weil... Das ist ja unnormal, wenn ich heute Tage... CPU-Last brauchst. 30... 3900 oder so. Gibt es schon. Aber ich glaube jetzt gibt es sogar schon mal... jetzt gibt es sogar keine Film-Technologie mehr. Amen.